Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zum Achtelfinale Rückrunde. Und ja, bei dem Spiel war es halt so gewesen, Dortmund hat zu Hause als erstes Totten richtig fertig gemacht. 3 zu 0 haben sie zu Hause gewonnen und wir schauen mal, wie das Rückrundenspiel so ausgeht. Und mit dabei ist mal wieder der Julien. Hallo Nico. So, dann gucken wir mal gleich, ob das wieder so ein geiles Spiel wird. Hier, Durm bringt mal wieder den Ball ganz gut, so wie das letzte Bundesligaspiel. Oh, da ist die Katze ein bisschen zu schnell gelaufen. Ja, mal schauen. Kann eh. Wie gesagt, auch hier, falls ihr irgendwas wisst, was wir falsch gemacht haben, verzeiht es uns. Falls es irgendwelche Verletzten gab. Ah, kein Stadde. Schön gedacht, aber die Katze wird dort gleich mal eingerechnet. Und dann, oh, also mit dem hätte ich ja gar nicht mehr gerechnet, dass ich den bekomme. Und Mkhitarya wohl auch nicht. Und ja, die Fokusanzeige ist mal gleich weggeklickt. Entschuldigung. Das ist gar kein Problem. Meister Gündogan bringt ihn einfach mal hin. So, Quatres. Und jetzt mit einem langen Ball jetzt auf, ja, eigentlich hier auf seinem Mittelfeldspieler. Aber der lässt sich doch einfach mal fallen. Da hat Ali das gewusst. Das nennt man Antizipierinnen. Genau. Jetzt mal ruhig das Spiel. Die ersten 13 Minuten. So, Reus, Reus. Kann sich nicht gegen Walker durchsetzen. Ericsson. Ericsson, der Däne. Reusche, ich glaube, das war ein Däne. Ich glaube, ja. Ja, Durm da riecht gut. Und dann ein Fuß zu schnell. Und dann hat Dortmund Glück, dass die Flanke dort nicht richtig kommt. Und Durm, Durmi Durm, das Ding hier abprallen lassen kann. Die erste Möglichkeit vielleicht. Ja. Jetzt für die Katze. Ja, der ist nicht richtig raus. Kann weiter bringen. Katze. Katze wird gefoult. Katze wird gefoult. Die Aubermagin. Und gibt es hier die erste Yellow Card? Ja. Diesmal auch wirklich aus der Brust rausgezogen und nicht wieder aus der Arsch, das ist er. Ja, und da hilft es nicht. Dieses Aufregen. Wer hat die jetzt gekriegt, oder? Herr, äh, Rosa. Ah, abgebildet. Da macht es das Abfälzen eigentlich fast noch gefährlicher. Ja. Gerade. Oh. So. Das habt ihr gehört? Yep. Gastro. Ohoho. Alter. Das finde ich auch immer super gefährlich. Und halt, äh, wenn das Ding reinkommt und, ähm, dann der Ball so in die Mitte kommt und dann ein, ein Gegner den Ball so richtig schön draufballern kann. Weil der Torwart ist so von den anderen Spielern verdeckt, dass der kaum richtig sehen kann, ähm, ähm, wie der Ball so kommt. Oh! 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 Ich hab's eigentlich auch geholt! Oh! Oh, wie! Bringt mich noch. Und, Reus? Schrecksekunde bei den Tottenheim. Die Tottenheim muss auch holen. Aber wenn sie so weitermachen, dann wird's nix. Hey. Die kommen hier nicht in die Partie. Okay, der passt, aber er kann sich den Ball wiederholen. Ja, der wird ganz arg, ganz gefährlich. Oh! So, Gratis. Ah, nochmal eine Ecke. Die Fans, die brüllen hier. Oh! Da haben wir nicht richtig aufgepasst! Castro dann! Ja, nein! Das war falsch! Katze! Jetzt kommt die Partie langsam in Fahrt. Das merkt man. Ton. Der extra ohne Ex-Leber-Küse. Der Ex-Leber-Küse. Schade. Den hat Bürki. Den hat Bürki ohne Probleme. Reus sieht ihn. Katze! Katze! Was ist los? Katze war auf einmal... Da hat er sich einfach mal gesagt, so, nö, nö. Da habe ich jetzt gar keine Lust zu rennen. Das kann jetzt gefährlich werden, wenn er es gut ausspielt. Schwacher Ball. Schwacher Pass. Ganz schwacher Pass. Aber auch Fehler von Bürki, der ist gefährlich! Der ist nicht der Fall! Eieieieieieiei! Schön einfach mal auf den Fuß kommen lassen und dann lupfen. Perfekt! Bürki noch mit der Hand dazwischen im letzten Moment. Ja. Na, macht Tottenham jetzt wieder den Ball im Rückraum. Nee, diesmal nicht und dann direkt ist es nicht so effektiv. Obwohl, naja, effektiv. Der wird ja einfach mal weggestoßen. Da rammt er ihn oben. Boah! Und dann ist aus! Dortmund wird da noch gerade gerettet. Der in der Mitte liegende Dortmund, der kann sich gerade noch auframmeln. Zottel nur mit dem Arm, das kann er wohl nicht angehen. Und ja, sehr, sehr spannende erste Hälfte. Dortmund will hier zu Hause nochmal richtig was zeigen. Na ja, am Anfang ein bisschen schleppend, meiner Meinung nach. Die ersten 20 Minuten bis 25 war schleppend. Da ist nichts los gewesen. Aber dann halt hat die Partie dann doch mal gezeigt, was sie kann. Und was diese, auch Tottenham hat einigermaßen Gas gegeben und gezeigt, sie wollen das hier irgendwie hinbiegen. Hat sich jetzt nicht geklappt. Mal schauen, ob er es in der zweiten Hälfte bringen wird. Ja, schauen wir mal. Für Dortmund, sie brauchen ja eigentlich nicht viel tun. Ja, jetzt einfach hinten über das Ding ist. Oh, behalten! Und Micky denkt sich einfach mal, das gehe ich einfach mal. Und dann versuche ich das einfach mal. Weil wir haben ja die Zeit und wir stehen ja nicht mit dem Rücken zur Wand. So, ein Vorteil jetzt hier. Denk ich, wird Tottenham sich jetzt in der zweiten Hälfte auch offensiver aufstellen, da die die Punkte brauchen. Denn Risiko gehen, das bringt Dortmund natürlich Lücken. Und, ja. Wo sie dann durchspielen können. Wie zum Beispiel hier. Wo sie ein bisschen Platz haben und oben. Ach. Ich habe mir immer Glück, dass fast nicht genau genug kommt. Ah, ah, da sieht er den Platz. Ach, das klingt schon vorbei. Aber Dortmund macht das hier ganz cool. Auch wenn hier jetzt ein Fehlpass ist. Aber versucht das ganz ruhig runterzuspielen. Aber sie haben auch, wieso sollten sie auch wirklich mit Vollspeed nach vorne spielen. Wenn sie hinten einfach nur alles sauber halten müssen. Oh! Ja, da hast du natürlich recht. Sie können natürlich ganz gemütlich spielen, sich gar nicht so doll auspowern. Und, ja. Dabei muss aber Tottenham, die müssen mindestens drei Tore überhaupt kriegen. Um überhaupt nochmal die Möglichkeit zu haben. Aber das bringen sie halt auch nicht zustande. Und das ist halt auch nochmal ein Problem. Also man sieht halt, die Abwehr von Tottenham ist ziemlich weit vorn aufgerückt. Wir hätten jetzt auch nur noch zweit. Man sieht schon, Tottenham geht ein bisschen mehr nach vorne. Weil sie wollen natürlich drin bleiben. Und alles. Aber es ist schon eine Stunde vergangen und es ist noch kein Tor gekommen. Ich sehe hier schwarz. Ich sehe hier schwarz für Tottenham. Aber nicht nur hier in unserem Spiel. Ich sehe es auch derzeit ein bisschen schwarz. Weil so eine 3-0-Vorlage, die kriegst du nicht einfach mal so auf. Na ja, zum Beispiel in der Bundesliga Augsburg gegen Leverkusen war es. Da hat Leverkusen 3-0 geführt und Augsburg auf den 3-3 ausreichend gemacht. Ja, okay. Aber man muss leider auch dazu sagen, Bundesliga ist immer noch ein bisschen was anderes wie Europa League und so. Das stimmt. Und halt, wie gesagt, da hatte Augsburg noch Anfang der ersten Hälfte, Ende der ersten Hälfte Zeit und die gesamte zweite, da hatten sie halt schon ein Tor. Oder zwei, glaube ich. Und jetzt, Tottenham hat jetzt nach 70 Minuten noch kein Tor. Das wird schwer. Und Dortmund spielt hier das richtig auf Zeit runter. Versucht richtig lang den Ball zu halten, alles abzuwehren, nach vorne weg zu spielen. Dadurch spielt Tottenham halt auch aggressiver, da sie an den Ball kommen mitten. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, dass sie zack gespielt und wirklich was auf. Aber abseits. Ja, und das nutzen wir dann auch gleich mal, um hier mal eine kleine Auswechslung zu machen. Obwohl, wir können eigentlich das so machen. Und für ihn könnte er kommen. Ja, genau. Wir machen gleich mal drei auf einen Schritt. Wir machen jetzt sehr, sehr offensiv aus, weil die ZDMs sind beide raus gegen offensive Mittelfelder oder Mittelfeld. Ja, wir bringen nochmal zwei zentrale Mittelfeldspieler oder ein, ein ZDM nochmal und ein Stürmer. Ich wechsle Ramos nochmal für Aubameyang aus. Vielleicht können wir hier noch uns einen kleinen Punkt holen. Einfach, um das Ding hier ganz schön nochmal mit einem Tor zu versehen. Okay, oben links hängt bei mir die Anzeige, eins und zwei. Ja, bei mir auch. Keiner Wack. Aber jetzt erstmal Tottenham. Und Dortmund, es ist, Dortmund ist doch nicht durch! Jetzt passiert es! Eieieieieiei! Dortmund ist noch nicht durch. Schlag spielt. Perfekte Franke auf dem Freundlichen, dann hat Bürki keine Chance mehr. Und jetzt kommt Tottenham mit Eriksen mit der 1-0. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Kann noch vieles passieren. Wenn Dortmund weiter in der Fluse spielt, sie müssen aufpassen. Denn sie sind wieder da, Tottenham und es ist da uns nicht durch! Eieieieiei! Alter Schwede, was geht denn jetzt hier ab, Mann? Das ist jetzt mit Dortmund los! Sehr spannend! Und dann jetzt! Klasse! Ich habe fast gesehen, dass er das reinkommt. Oh Mann! Dortmund muss aufpassen! Am besten noch einen drauflegen. Das ist natürlich verständlich, dass sie jetzt hinten versuchen, auf Zeit zu gehen. Aber wird Tottenham da nochmal vorkommen und nochmal eine Chance kriegen. Jetzt der Ballverlust. Das ist immer noch Tottenham. Über die linke Seite, jetzt spielen sie in die Mitte. Das ist sehr gut gespielt. Das ist zu gut gespielt für Dortmund! Und Unsicherheit in der Abwehr. Was für eine Spannung in dieser Partie. Tottenham drückt! Und Dortmund ist hinten eingegängt und kann nichts mehr machen. Abseits! Scheiß zum Durchschnaufen, die Dortmunder Abwehrkette. Birki sagte ich auch, nur erstmal weg. Oh, aber der ist ja durch! Aber Lurie ist dazwischen. Zwei Minuten gibt es Nachspielzeit. Meine Güte, die haben es hier echt nochmal gedreht. Dortmund dachte hier, das wird nochmal ein leichtes Ding. Boah! Was? Die Dortmunder werden natürlich unruhig. Das merkt man. Also sie wollen dann nach vorne, aber schaffen das nicht durch. Dortmund haut das Ding einfach nur noch hinweg. Und die zwei Minuten, die dürften jetzt gleich um sein. Hat Dortmund es geschafft durchzukommen? Ja! Was für ein geiles Spiel! Was für eine Dynamik! Man hat schon in der ersten Hälfte so gemerkt, hier ist richtig feuernd. Bloß, Tottenham kam noch nicht. Und dann, ja, dann war es wie gesagt. In einer Minute war Dortmund nicht auf ganzer Höhe. Und schon hat Tottenham das Ding richtig gut ausgemacht. Und hier feiern sie. Ich finde das immer so geil, wenn das bei den Aufnahmen passiert. Ja, auf jeden Fall ist Dortmund trotzdem weiter. Auch wenn es hier die Siegerhymne geht. Wir hoffen, euch hat diese Folge richtig gut gefallen. Und jetzt gucken wir mal, was Leverkusen so macht gegen Villarreal. Die haben nämlich in dem ersten Spiel 2 zu 0 verloren in Villarreal. Und jetzt wollen sie zu Hause alles besser machen. Also bis gleich zur nächsten Folge. Peace!